Musik Wir haben gesehen, dass eigentlich das, was das sieht und das, was ich tue im Kochen, sehr, sehr viel miteinander zitiert habe. Also man hat viele unterschiedliche Temperaturen, man hat viele unterschiedliche, vor allem Dampf, Wasser, Zutaten, Farben, aber vor allem die Machart, was man eigentlich unterschiedlich machen kann mit unterschiedlichen Temperaturen, das ist schon faszinierend und fantastisch. Wir haben natürlich... Du redest auch von Texturen, oder? Wir reden auch von Texturen. Eben, und wir reden auch von Texturen, also das ist sicher... Textur, natürlich Haptik, extrem viel, Auge, was man eben mit, wie gesagt, machen kann. Loden ist halt ein authentisches Produkt, vom Material bis zur Fertigung, die Location. Wir sind seit 1894 am Standort und haben alle Wellen der Geschichte mitgemacht. Und von Angel. Wir sind seit 1894 am Standort und haben alle Wellen der Geschichte mitgemacht. Und wir sind seit 1846 am Standort und haben alle Wahlen der Geschichte mitgemacht.